Liebe Zuschauer, heute bei uns auf Klagemauer TV in Lützebüch. Thema von heute, Grenzwerte gehen heimlich auch abgesagt. Es gibt eine Strahlenschutzvorschrift, die Menschen für die schädliche Strahle schützen soll. Aber was bedeutet das wirklich? 400 Atomkatastrophen von Tschernobyl werden erlaubt der Strahlungsgrenzwert 0,3 BKL für E-Kilo-Lebensmittel. Nur der Katastrophen, dürfte diese Grenzwert sehr an heimlich auf 500 BKL für E-Kilo-Europa gezet. An nur dem Ungleich für Fukushima, als in Europa die Grenzwert auf 1.350 BKL für E-Kilo-Lebensmittel nach weiter E-Kilo-Europa gezet gehen. Houdt sie nach ganz Europa 132 Atomkraftwerken permanenter Betrieb. Und ohne irgendeinen Katastrophenfall produzieren all das Zentrale all der radioaktiven Atommüll, die dazu beiträgt, dass die Strahlungsbelastung an die Lucht geht. An Platz Alarm zu schlauen, wenn die festgelöschten Gesundheitsbedenkliche Grenzwerte überschrack gehen, gehen von den Strahlungsexperten das Grenzwerte tatsächlich einfach auch abgesagt und aufgepasst. Für die Konsequenzen an das Schlimmste von dieser freigesagten Radioaktivität zu verhinderen, wäre es nötig, an am besten die Atomkraft ganz wegzulassen. Weil sonst, seht der Atomkraftexpert Dr. Holger Strom, bewege mir eins ganz friedlich an den Katastrophen. Ich wünsche euch noch einen besonderen Rest vom Dach. Eddie Eich . Und